Das ist einfach das klassische Ballett-Training, was wir hier machen. Natürlich auf nicht professionellem Niveau, aber es ist im Prinzip die Richtung. Manche sind ja hier, die haben schon Ballett-Erfahrung. Die kommen einfach langsam wieder rein und wollen auf ihr altes Niveau zurück. Und manche sind komplette Anfänger und die lernen einfach die Basics. Das ist wie beim Yoga irgendwie, dass man zu sich finden kann. Man hat gleichzeitig Konditionstraining und auch Muskelarbeit. Es verbindet ganz viele Dinge miteinander. Generell so in Deutschland oder auch gerade Freiburg ist leider Ballett oder auch Modern nicht ganz so beliebt bei den Männern. Es ist oft noch nicht als Sport anerkannt. Ich kann nur auffordern, dass ruhig auch gerne Männer das ausprobieren können. Und dann sehen sie, dass das wirklich auch anstrengend ist und die Muskeln trainiert. Und nicht nur ein Rumgehüpfe auf der Bühne ist. Und dann sehen sie, dass das wirklich auch anstrengend ist. Und dann sehen sie, dass das wirklich auch anstrengend ist. Und dann sehen sie, dass das wirklich auch anstrengend ist.